Ah, geht's hier aufwärts. Aber was ich mich noch frage, wenn jetzt Mia, oder wenn diese Miranda sich als Mia ausgegeben hat, wo ist denn dann die echte Mia? Okay, wir hauen uns hier raus. Jawoll. Ah. Ah. Wund, Junge. Ah, okay. Au. Ah, okay, so kann ich ja, ich vergesse mal, dass ich hier... So, ich blocke jetzt mal. Ähm. Boom, Junge. Schön, 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 schön auf die Schwachstelle hier. Jawoll, Mann. So, Junge. Immer schön drauf auf die Schwachstelle. Und blocke nicht vergessen. Beziehungsweise... Wo, wo, wo ist die nächste? Da, Junge. Hier, zack, Mann. Oh, Mann. Und wie, da unten hinhalten. Ähm. Ich kann mir vorstellen, wie bei Dead Space. Boah. Okay. Falsch... Falsch... Mist, äh. Ähm. Au. Boom, Junge. Schön aufs Ärmchen. Ich verstehe zwar nichts mehr. Aber ich glaube... Ich... Boah. Boah, Junge. Boah. Sag, Junge. Jetzt kommt er dritte Phase, oder haben wir's geschafft? Na, er bewegt sich noch. Ich glaube, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kommt hier irgendein ekelhaftes, äh... Metall... Irgendwas. Auf uns so... Hat der noch... Okay, ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ähm... Was liegt da? Was hab ich? Ähm... Ähm... Was bitte... Soll ich jetzt machen? Shhh... Kann ich hier irgendwas mit mir machen? Kann ich hier, soll ich hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich check's euch, tut mir leid. Ich hab's jetzt leider nicht, nicht, nicht gesehen, was, was ich hier machen soll. Ich, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, sorry. Ähm, ich seh jetzt gerade keine, keine Schwachstelle bei ihm. Und, äh. Ähm. Es geht so, im Moment geht so. Aber ich mach den mich gleich fertig. Ähm, wo soll ich drauf schießen? Was ist denn jetzt hier die Schwachstelle? Oh man, ich weiß es halt nicht. Oh man, wo soll ich denn jetzt, was soll ich machen? Ah, ich weiß es einfach nicht. Was soll ich machen? Soll ich ihm damit eine geben, oder, oder, was ist los? Seriously, was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also irgendwas, ich glaub nicht, dass ich ihn anschießen muss. Oh, das kann nicht sein. Ah, okay, danke. Tschüss. Wow. Shit. Okay, das war jetzt ein schneller Einstieg. Äh, hier. Okay, ich muss den ganzen Kampf jetzt nochmal machen. Äh, ist irgendwie ein bisschen blöd. Oh. Nein, der Kampf an sich ist jetzt nicht so... Oh, das hatte ich, Junge. Bißa, geht's. Also, was hat den wirklich gut Not Beach neither. Ja, wir machen jetzt nicht weiter. Nein. Oh, warum tanto. Ja, wir machen mich. Äh, ich bin mit Wex. Man. Oh Mann! Ja, mein Mann. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oder am Anfang des Endes. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ah, okay. Keine Ahnung. Muss ich ihn in die Schnauze? Oder was auch? Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, hier nochmal einen auszurüsten. Okay. Das hat gesessen. Okay. Komm, ich ein... Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Nein! Nein! Das kann nicht für mich sein! Ich... ...must... ...kirren! Aber... ...fand ich nicht so intuitiv, muss ich sagen. Was? Unser Kind. Sie ist so wichtig, nicht wahr? Sie ist alles für mich. Und ich für mich. Mit Heisenberg, Sie haben sich verloren verloren. Was werden Sie tun? Ich weiß nicht, aber ich schütze Rose. Du wirst nie wissen, nicht wahr? Selbst wenn ich mich als Platz in deinem Zuhause... ... oder Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Enough! Remember Evelyn und her power over them all? Rose is her successor. Nein. Rose is Evelyn's true complete form. Sie will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Er ist mein Kind, nicht Ihr Kind! Wo sind Sie? Show Sie sich! Warum hat Rose hier gefallen? War es wegen ihrer Eltern? Und du bist wirklich ein Besonderes. Aber ich habe alles gelernt von dir. Du bist wie ein Lab Rat geliebter. Miranda! Du wunderschön! Komm her und mich! Du wunderschön! Du wunderschön! Du wunderschön! Du wunderschön! Du wunderschön! Ich werde sicher, um dein Blut zu späteren. Als die Nacht erbüren, die Zerrimine wird erbüren! Und ich werde sie reale Mutter! Bound für die Eternein Blut! Ich habe es gebeten. Hahaha! Hahaha! Ich habe es gebeten, aber die Tränen wirklich können sich nicht wahrnehmen. Besser oder nicht, ich kann nicht warten, um zu sehen, mein wahrer Kind wieder zu sehen. schämen nicht so viel zu sehen! Ich habe es gebeten, ich habe es gebeten. Ich habe es gebeten, ich habe es gebeten, dass ich den Körper vertreten habe. Aber ich habe das Beine gebeten. Ich habe es gebeten, aber ich habe die Beine gebeten. Meine Team und ich waren kein Wettbewerb. Gestern, wir verletzten die Transform-Miranda verletzten. Aber wir haben sie nicht. Wer weiß, dass sie mich verletzten. Als Miranda hat mich verletzten Ethan, habe ich ihn und Rose mit uns genommen genommen. Aber das Fahrzeug, die sie in den Rettung waren, wurde verletzt. Als ich nach dem Rettung bin, Ethan und Rose waren weg. Die letzte Mal, ich konnte Ethan kontaktieren. Ich hörte Miranda's voice. Sie hat ihn verletzten. Und sie wird nicht wegzunehmen. Goddammit, wenn das Ende endet? Was ist das, Herr? Die Mission? Alles. Drei Jahre zu versuchen, diese Sache auf den Boden. Drei Jahre zu lange. Entschuldigen Sie, Captain. Die Squad ist bereit von euch. So, B.S.A.A. got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, it doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Wilkes. That's a mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9, I want to know what the hell B.S.A.A. is doing here. Find out what you can. Roger that, I'm on. Nice! Wir sind Chris. Chris Redfield. Okay. Zack, 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 zack. Zack. Do you do nothing but recon has gotten me out of shape? But thanks to your recon, we know Moretas plan. Couldn't quite believe you when I hurt you turn yourself in the beer though. I think you can't trust me enough to sneeze at either. Okay. Ah, krasser Shit, äh. Hier geht's zurück. Wir haben keinen Zugriff auf die Karte. Okay. Ja, nice, 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 nice twist. Aber jetzt, jetzt ist Schluss mit gruselig, jetzt wird geballert. Das, das haben uns gerade Chris' Oberarme, äh, erzählt. Hat in all den Jahren mit so einem Training offensichtlich nicht aufgehört. Ja, aber... Das... Ja, ja, ja. Wir haben zu weit. Okay... Hmm... So, die geben jetzt auch gar nichts mehr großartig. Ähm... Jo, Mann. Zack, Mann. Westerne Route ist klar. Geh raus. Westerne Route. Westerne Route. Westerne Route. Ich kann sie nehmen. Geh raus. Westerne Route. 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 es geht und entweder herr wird funktioniert einwandfrei so ich auch mal schnell nachladen so ok da jetzt nicht lang ich hab's halt noch noch blinken sehen wie sieht es heilungstechnisch aus das hier ist ein Stimpack ok alles klar Arzneimittel, Spritze ah, Nightvision Goggles sehr gut wir haben leider keine Karte so, also hier ist nur ein bisschen Supply dann da kommen wir eigentlich nicht rein wir setzen hiermit auf sich ich hab gesagt kann man das noch benutzen? ähm weiß ich nicht ich mein ich schätze Ethan hat das schon mal benutzt aber keine Ahnung haben wir ein Messer eigentlich? mhm was ist das? ja, haben wir für die Puristen die 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 Hütten kennen wir noch alle aus dem Spiel so, geht's hier rein ja ähm sag mal mich würde es ja mal interessieren gibt's hier Informationen zu der Pistole äh halbautomatisch ähm schade ich würde gerne mal wissen wie viel, wie viel Schaden die macht weil, weil der doch ganz schön Wumms hat gab's hier noch irgendwas? ne wir müssen da durch schrei schrei du nur komm ich schieß dir ein zweites Arschloch 200 Meter zu dem Punkt ich hab' nie gehört, dass wir auf mir selber kommen und ich hab' den ich hab' den ich hab' den es war hier war ein bisschen zu klar cool blendgranaten so cool hier das ist so gedacht dass ich mich hier von hinten etwas erschrecken kann das ist ja gut